Siebtens, wir glauben nur an die Ortsgemeinde und nicht an eine universelle, weltweite Kirche. Es gibt diese Leute, die glauben an die Kirche. Sie sprechen von der Kirche, als gäbe es nur eine Kirche. Sie glauben an diese weltweite Kirche, an diese weltweite, fiktive Gemeinde von Gläubigen, die es nicht gibt. Das nennt sich übrigens katholische Kirche. Die katholische Kirche glaubt, dass sie die einzig wahre Kirche ist. Und alle gehören eigentlich dazu. Und all die anderen Gemeinden, die sind alle nur abgefallen, die müssen wieder zu Mutterkirchen zurückkehren. Aber die Bibel ist eindeutig, dass Jesus Christus das Haupt der Ortsgemeinde ist. Jeder einzelnen Kirche. Schlagt Epheser Kapitel 1 auf, Epheser Kapitel 1. Die Bibel spricht immer wieder von mehreren Kirchen, Plural. Denn es heißt in Offenbarung 1, Vers 4, Johannes an die sieben Gemeinden, also Johannes an die sieben Gemeinden, Kirchen, das ist ein Synonym, die in Asia sind, gemeint ist die Provinz Asien, Gebiete heutigen Türkei. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und so weiter. An die sieben Gemeinden. Aber heutige Christen denken, dass es irgendwie diese allgemeine weltweite Kirche gäbe. Diese allgemeine große Gemeinde. Was für ein Quatsch. Denn es werden dann eben verschiedene Gemeinden aufgezählt. Sieben Gemeinden. Eine davon ist die Gemeinde in Ephesus. Epheser Kapitel 1, Vers 22. Entschuldigung. Epheser Kapitel 1, Vers 22. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Also, wir könnten auch weitere Versen dazu aufschlagen. Jesus ist das Haupt der Gemeinde. In welcher Gemeinde, um welche Gemeinde geht es hier im Kontext? Um die Gemeinde in Ephesus. Eine der sieben Gemeinden, an die Johannes in der Offenbarung auch schreibt. Und dann sagen Leute, siehst du, Jesus ist das Haupt seiner weltweiten Gemeinde. Das, was sie darunter verstehen. Wir sind eine Gemeinde mit allen Christen. Und Jesus ist unser Haupt. Das ist nicht, was die Bibel sagt. Sondern, an welche Gemeinde richtet sich der Brief Epheser? An die Gemeinde in Ephesus. Wenn wir das also auf uns beziehen, an wen richtet sich das? An die Gemeinde in Pforzheim. An konkret die Baptistenkirche, ein zuverlässiges Wort. Es gibt natürlich auch andere Gemeinden in Pforzheim. Falls es überhaupt richtige Kirchen sind in den Augen Gottes. Gab es bestimmt nicht LGs Gemeinde, Lothar Gassmanns Gemeinde, die Schande von Pforzheim. Jesus ist das Haupt, das Oberhaupt der Gemeinde, der Ortsgemeinde, der Gemeinde in Ephesus, unserer Gemeinde. Denn was ist eine Gemeinde? Was ist eine Kirche? Die Bibel sagt in Hebräer, Kapitel 10, Vers 25. Ihr kennt den Vers bestimmt schon, Hebräer, Kapitel 10, Vers 25. Indem wir unsere eigene Versammlung nicht verlassen, wie es einige zu tun pflegen, sondern einander ermahnen. Und das umso mehr, als ihr den Tag herannahmen seht. Also eine Gemeinde, eine Kirche ist eine Versammlung von Gläubigen. Natürlich nicht irgendeine x-beliebige Versammlung, sondern eine Versammlung von Gläubigen mit einer bestimmten Struktur, die die Bibel vorgibt. Denn es gibt Ämter in der Gemeinde. Das Oberhaupt der Gemeinde, der Kirche, unserer Kirche, Faith to World Baptist Church, beziehungsweise als Ableger, Baptistenkirche, zuverlässiges Wort. Das Oberhaupt ist Jesus Christus selbst. Er ist das Oberhaupt. Und wir haben einen Pastor. Unser Pastor ist Pastor Steven Anderson. Es gibt Ämter in der Gemeinde, die Gott festgelegt hat, die Gott eingesetzt hat. Unter dem Pastor gibt es Ämter wie Diakone, wie Evangelisten und so weiter. Also eine Gemeinde oder eine Kirche, das sind Synonyme, ist eine Versammlung von Gläubigen. Und hier ist die Frage an dich. Sind wir mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Sind wir heute an diesem Nachmittag mit allen Gläubigen in der Welt versammelt? Nein. Also gibt es keine weltweite Gemeinde. Sondern es gibt Ortsgemeinden. Einzelne Gemeinden. Aber diese Lehre der weltweiten Gemeinde kommt natürlich von der katholischen Kirche. Denn katholisch bedeutet sowas wie universal, allgemein. Es ist eine katholische Lehre, die von Freikirchen angenommen wird. Und das führt zu Ökumene. Ja, wir müssen mit allen zusammenarbeiten. Und am besten, wir müssen in Pforzheim mit all den Gemeinden zusammenarbeiten. Und am besten auch mit LGs Gemeinde. Und am besten auch mit den Adventisten. Und mit den Zeugen Jehovas. Und mit den Mormonen vielleicht auch, die gar nicht an Jesus Christus glauben, weil sie einen falschen Jesus haben. Sie glauben gar nicht, dass Jesus Christus Gott ist. Sie glauben nicht an die Trinität. Wir werden nicht mit Irrlehrern zusammenarbeiten. Hey, wir sind nicht eine große Gemeinde. Es gibt Gemeinden. Und es ist gut, dass es verschiedene Gemeinden gibt. Es gibt Leute, die fragen sich, ja, 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 wie? Ja, wie kann es denn sein? Ja, dass es so viele Splittergruppen gibt im Christentum. All diese Splittergruppen. Weißt du was? Es ist super, dass es so viele verschiedene Gemeinden gibt. So viele Kirchen. Denn die meisten davon sind falsch. Die meisten davon sind voll von Irrlehrer. Und keinen richtigen Kirchen. Deswegen ist es gut, dass wir eine Auswahl haben. Nicht wahr? Und hier ist das Ding. Wenn eine Gemeinde abfällt. Wenn eine Gemeinde in Irrlehrer geht. Wenn eine Gemeinde schlecht wird. Und die vielleicht wenigen Gläuben, die noch existieren, diese Gemeinde verlassen. Dann haben sie eine andere Option. Deswegen ist es gut, dass es mehrere Gemeinden gibt. Dass eben nicht alles mitgerissen wird. In Irrlehrer. In falsche Lehre. Erst im Himmel werden wir mit allen Gläubigen versammelt sein. Und ja, dann wird es natürlich eine große Gemeinde sein, wenn wir im Himmel mit allen Gläubigen versammelt sein werden.